Das morgendliche Ritual Es war ein schöner Sommertag, und der Park wimmelte nur so vor bunt gekleideten Spaziergängern. Oberst Glokta war männlichen Schritt unterwegs zu einem Treffen von größter Wichtigkeit. Die Menschen, an denen er vorüberkam, verbeugten sich und machten respektvoll Platz. Er übersah die meisten huldvoll, während er den etwas wichtigeren Leuten ein strahlendes Lächeln schenkte. Diese wenigen Glücklichen strahlten zurück, voller Freude darüber, dass er sie mit seiner Aufmerksamkeit bedacht hatte. »Vermutlich dienen wir alle dem König auf unsere eigene Weise«, quäkte Hauptmann Luthar und griff nach seiner Klinge, aber Glokta war zu schnell für ihn. Sein Degen fuhr wie der Blitz aus der Scheide und bohrte sich dem ignoranten Blödmann in den Hals. Blut spritzte über Ardi Wests Gesicht. Sie klatschte entzückt in die Hände und sah Glokta mit leuchtenden Augen an. Luthar wirkte beinahe überrascht, dass er tödlich getroffen worden war. »Hahaha, so kann es kommen«, sagte Glokta lächelnd. Der Hauptmann fiel vornüber aufs Gesicht, während Blut aus seiner durchbohrten Kehle floss. Die Menge brüllte vor Begeisterung, und Glokta gönnte den Zuschauern eine tiefe, elegante Verbeugung. Die Begeisterungsrufe wurden noch lauter. »Oh, Herr Oberst, das müssen Sie doch nicht«, hauchte Ardi, als Glokta ihr das Blut von der Wange leckte. »Was muss ich nicht?«, fragte er mit kehliger Stimme, beugte sie in seinen Armen nach hinten und küsste sie leidenschaftlich. Die Menge tobte, sie rang nach Luft, als er sie wieder losließ, und sah ihn bewundernd mit ihren großen, dunklen Augen und leicht geöffneten Lippen an. »F, Hector, wie wem?«, sagte sie mit strahlendem Lächeln. »Was?«, die Menge wurde still, verdammt, und seine linke Seite strahlte plötzlich ein taubes Gefühl aus. Ardi berührte ihn sanft an der Wange. »Der Elf, Hector«, brüllte sie. Die Tür wurde durch schweres Klopfen erschüttert, Gloktas Augen öffneten sich zuckend. »Wo bin ich? Wer bin ich?«, »Oh nein, oh ja!«, sofort begriff er, dass er wieder einmal schlecht geschlafen hatte. Sein Körper war ganz verdreht unter den Decken, das Gesicht ins Kissen gedrückt, seine ganze linke Seite war taub. Das Trommeln an der Tür wurde noch lauter. »Perfekt,«, tönte es in Frosts zungenlarmer Sprache von der anderen Seite. Durch Gloktas Hals schoss ein heftiger Schmerz, als er versuchte, den Kopf vom Kissen zu heben. »Ah, es geht doch nichts über den ersten Krampf am Morgen, um den Verstand auf Trab zu bringen.« »Ist schon gut«, krächzte er, »einen Augenblick, verdammt!« Die schweren Schritte des Albinos entfernten sich, Glokta lag für einen Augenblick still da, dann bewegte er vorsichtig den rechten Arm, ganz langsam, und während sein Atem der Anstrengung wegen stoßweise Pfiff versuchte er, sich auf den Rücken zu drehen. Er ballte die Faust, als die Nadelstiche in seinem linken Bein einsetzten, wenn das verdammte Teil doch wenigstens taub bliebe, aber der Schmerz kam nun schnell. Zudem wurde ihm ein unangenehmer Geruch bewusst. »Ach, verdammt! Ich hab schon wieder ins Bett geschissen!« »Bahnem!« brüllte Glokta und wartete keuchend, während die linke Seite nun heftig pochte. »Wo steckte dieser alte Idiot?« »Bahnem!« schrie er aus vollem Hals. »Ist alles bei Ihnen in Ordnung, Herr?« ertönte die Stimme des Dieners hinter der Tür. »In Ordnung? In Ordnung, du alter Narr! Wann war denn das letzte Mal bei mir alles in Ordnung? Nein, verdammt! Ich hab das Bett versaut!« »Ich habe schon Wasser für ein Bad heiß gemacht. Können Sie aufstehen?« »Einmal war es tatsächlich so gewesen, dass Frost die Tür hatte aufbrechen müssen. Vielleicht sollte ich sie die ganze Nacht offen lassen, aber wie könnte ich dann Ruhe finden?« »Ich glaube, ich komme zurecht«, zischte Glokta, die Zunge an sein leeres Zahnfleisch gepresst. Seine Arme zitterten, als er sich selbst aus dem Bett hinaus und auf den daneben stehenden Stuhl wuchtete. Sein groteskes, zehenloses Bein zuckte noch immer unkontrolliert. Er starrte es mit brennendem Hass an. Verdammtes Scheißding! Ekelhafter, nutzloser Fleischklumpen. Wieso haben Sie ihn mir nicht gleich abgehackt? Wieso tue ich das nicht endlich?« Aber er wusste, wieso. So, mit beiden Beinen konnte er zumindest so tun, als sei er noch ein halber Mann. Er versetzte dem verdorrten Oberschenkel einen Stoß und bereute es sofort. »Ach, wie blöd, wie blöd!« Der Schmerz kroch seinen Rücken hoch, ein wenig intensiver noch als zuvor, und wurde mit jedem Herzschlag stärker. »Komm schon, komm schon, lass uns nicht gegeneinander kämpfen!« Sanft rieb er das nutzlose Fleisch. »Wir hängen ja doch aneinander. Also, wieso solltest du mich quälen?« »Können Sie an die Tür kommen, Herr?« Glokta rümpfte die Nase wegen des Geruchs, dann nahm er den Stock und richtete sich quälend langsam auf, bis er auf den Füßen stand. Er humpelte durchs Zimmer und rutschte dabei einmal fast aus, aber es gelang ihm trotz des durchdringenden Schmerzes, der ihn dabei durchschoss, das Gleichgewicht zu halten. Er drehte den Schlüssel im Schloss, lehnte sich stützend gegen die Wand und zog die Tür auf. Barnum stand mit ausgestreckten Armen auf der anderen Seite, bereit, ihn aufzufangen. »Welch eine Schande, dass ich, Sanft Dan Glokta, der größte Degenfechter, den die Union je gesehen hat, von einem alten Mann zu meinem Bart getragen werden muss, damit ich mir die eigene Scheiße abwaschen kann!« Sie lachen jetzt wahrscheinlich alle. »Die Narren, die ich einst besiegte, wenn sie sich überhaupt noch an meinen Namen erinnern! Ich würde ja auch lachen, wenn es nicht so weh täte!« Aber er verlagerte das Gewicht von seinem linken Bein und legte klaglos den Arm um Barnums Schulter. »Was hätte das Jammern auch für einen Sinn? Ich kann es mir doch genauso gut leicht machen. So leicht es geht!« Glokta holte tief Luft. »Gehen Sie vorsichtig. Das Bein ist noch nicht ganz wach.« Sie humpelten und stolperten gemeinsam über den Flur, der für sie beide nebeneinander eigentlich ein wenig zu schmal war. Das Bad schien eine Meile weit entfernt zu sein, oder mehr. Ach, lieber würde ich so, wie ich früher einmal war, hundert Meilen laufen, als in meinem jetzigen Zustand bis ins Bad. Aber das ist wohl mein Pech, nehme ich an. Man kann das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Niemals!« Der Dampf umfing Gloktas klamme Haut mit wohliger Wärme. Barnum hielt ihn unter den Achseln fest, während er vorsichtig das rechte Bein hob und es sachte ins Wasser senkte. »Verdammt, ist das heiß!« Der alte Diener half ihm, das andere Bein hineinzusetzen, und dann ließ er ihn immer noch unter den Achseln gestützt, wie ein Kind in die Wanne sinken, bis er bis zum Hals im Wasser lag. »Ah«, Glokta lächelte zahnlos, »heiß wie die Schmiede des Schöpfers, Barnum, genau, wie ich es mag.« Die Hitze drang nun in sein Bein, und der Schmerz ließ nach. Ganz weg ist er nicht, das ist er nie, aber schon viel besser, viel besser. Glokta fühlte allmählich fast die Bereitschaft, einem neuen Tag entgegenzutreten. Man muss die kleinen Dinge des Lebens lieben lernen, wie zum Beispiel ein heißes Bad. Man muss die kleinen Dinge schätzen, wenn man sonst nichts hat.« Unten, in dem winzigen Esszimmer, wartete praktikal Frost auf ihn, den massigen Körper in einen niedrigen Stuhl gezwängt, der an der Wand stand. Glokta sank in den anderen Stuhl, während der süßliche Geruch von Haferschleim seine Nase kitzelte, der aus der dampfenden Schüssel aufstieg, in der Kerzengrade, ohne den Rand zu berühren, ein Holzlöffel steckte, was einiges über die Konsistenz des Frühstücks verriet. Sein Magen knurrte, und ihm lief der Speichel im Mund zusammen. Alles in allem, wenn man es recht bedenkt, Symptome äußerster Übelkeit. »Hurra«, rief Glokta, »endlich wieder einmal Haferschleim!« Er sah zu dem regungslosen Praktikal herüber. »Honig und Haferschleim! Sag, was kann denn besser sein? Da ist der Tag voll Sonnenschein mit Honig und mit Haferschleim.« Die rosa Augen zuckten mit keiner Wimper. »Das ist ein Kinderreim. Meine Mutter hat ihn mir früher immer vorgesungen. Allerdings hat mich das nie dazu gebracht, diesen Papp zu essen. Heute hingegen«, er attackierte den Brei mit dem Löffel, »kann ich gar nicht genug davon bekommen.« Frost starrte ihn an. »Hm, das ist so gesund«, fuhr Glokta fort, während er einen mundvoll süßen Breis hinunterwürgte und weiterlöffelte. »Oh, so lecker!« Er zwang sich wieder zu schlucken. »Und der größte Vorteil dabei ist«, »er wirkte leicht, als er den nächsten mundvoll nahm.« »Man muss ihn nicht einmal kauen.« Mit einem Ruck schob er die noch fast volle Schüssel von sich weg und warf den Löffel hinterher. »Hm«, summte er, »mit einem guten Frühstück fängt doch der Tag erst richtig an. Finden Sie nicht auch?« Es war als starre Mann gegen eine weißgetünchte Mauer, die vergleichsweise jedoch mehr Gefühl ausgestrahlt hätte. »Der Erzlektor will mich also wieder einmal sprechen, wie?« Der Albino nickte. »Und was wünscht unser erhabener Vorgesetzter wohl von Leuten wie uns? Was meinen Sie?« Achselzucken. »Hm«, Glokta saugte sich kleine Haferstückchen aus den klaffenden Lücken im Zahnfleisch. »War er denn wohl in einer guten Stimmung?« Wiederachselzucken. »Ach, kommen Sie schon, Frost, erzählen Sie mir nicht alles auf einmal, ich kann Ihnen ja gar nicht folgen.« »Schweigen«, Barnum trat ins Zimmer und räumte die Schüssel ab. »Wünschen Sie sonst noch etwas?« »Oh ja, ein großes, halbrohes Stück Fleisch und einen leckeren, knackigen Apfel.« Er sah wieder zu praktikal Frost hinüber. »Als Kind habe ich immer so gern Äpfel gegessen.« »Wie oft habe ich diesen Witz schon gemacht?« Frost schaute ihn ohne jegliche Gefühlsregung an. »Keinerlei Lachen war ihm anzumerken.« Glokta sah zu Barnum, und der alte Mann erwiderte den Blick mit einem müden Lächeln. »Na schön«, seufzte Glokta. »Man braucht aber doch ein bisschen Hoffnung, oder nicht?« »Selbstverständlich, Herr«, murmelte der Diener und ging zur Tür. »Oder nicht?« Das Dienstzimmer des Erzlektors befand sich im obersten Stockwerk im Haus der Befragungen, und es war ein langer Weg bis dort hinauf. Noch schlimmer war, dass so viele Menschen über die Flure wuselten. Praktikale, Schreiber, Inquisitoren liefen hin und her wie Ameisen durch einen Misthaufen. Wenn er ihre Augen auf sich ruhen fühlte, dann humpelte Glokta mit hocherhobenen Kopf und einem Lächeln weiter. Wenn er das Gefühl hatte, allein zu sein, hielt er inne und rang nach Luft, schwitzte und fluchte und versuchte, sein taubes Bein zu reiben und zu schlagen, bis widerstrebend das bisschen Leben zurückkehrte, das noch darin verblieben war. »Wieso muss es so weit oben sein?«, fragte er sich selbst und schleppte sich durch die düsteren Hallen und die gewundenen Treppen des labyrinthartigen Gebäudes. Als er das Vorzimmer erreicht hatte, war er erschöpft und atmete schwer, und die linke Hand am Knauf seines Stocks fühlte sich wund an. Der Sekretär des Erzlektors musterte ihn misstrauisch. Er hockte hinter einem großen, dunklen Schreibtisch, der das halbe Zimmer einnahm. Auf der entgegengesetzten Seite des Raums standen einige Sessel, in denen die Wartenden nervös werden durften, und zwei riesige Praktikale flankierten die große Flügeltür zum Dienstzimmer, so reglos und grimmig, als wollten sie als Teil der Einrichtung durchgehen. »Haben Sie einen Termin?«, verlangte der Sekretär mit schriller Stimme zu wissen. »Ach, du weißt doch, wer ich bin, du alberner, blöder Wichtigtuer!« »Natürlich«, fauchte Glokta, »glauben Sie vielleicht, ich wäre den ganzen Weg hier hochgehumpelt, um Ihren Schreibtisch zu bewundern?« Der Sekretär, ein bleicher, gutaussehender junger Mann mit dichtem gelben Haar, sah verächtlich zu ihm herüber. »Der aufgeblasene, Fünftgeborene eines unbedeutenden Edelmannes mit übereifrigen Lenden, und so einer glaubt, er könne mir dumm kommen?« »Und wie heißen Sie?«, fragte der Angestellte jetzt herablassend. Gloktas Geduld war durch den langen Aufstieg erschöpft. Er knallte seinen Stock auf die Schreibtischplatte, sodass der Sekretär beinahe aus seinem Stuhl hüpfte. »Was sind denn Sie? Ein verdammter Idiot? Wie viele verkrüppelte Inquisitoren haben Sie hier?« »Äh«, begann der Sekretär nervös mit zuckenden Mundwinkeln, »Äh, äh, ist das eine Zahl? Sprechen Sie gefälligst lauter!« »Äh, nun, ich, ich bin Glokta, Sie Trottel, Inquisitor Glokta!« »Jawohl, mein Herr, ich, hiefen Sie Ihren fetten Arsch aus dem Stuhl, Sie Narr! Lassen Sie mich nicht warten!« Der Sekretär sprang auf, eilte zur Tür, stieß einen der Flügel auf und bliebte, und blieb respektvoll daneben stehen. »Na, so ist es besser!«, knurrte Glokta, der hinter ihm herschlaufte. Er sah zu den Praktikalen auf, als er vorbeihumpelte, und er hätte schwören mögen, dass einer der beiden leicht lächelte. Das Zimmer hatte sich kaum verändert, seit er zum letzten Mal hier gewesen war, damals, vor sechs Jahren. Es war ein riesiger, runder, höhlenartiger Raum, dessen Kuppeldecke mit aus Stein gehauenen Fratzengesichtern geschmückt war. Die großen Fenster boten einen überwältigenden Blick auf die Turmspitzen der Universität, auf einen großen Teil der äußeren Befestigungsmauer des Agrions und auf das turmhohe Haus des Schöpfers, das dahinter lauerte. Die Wände waren größtenteils mit Regalen und kleinen Schränkchen zugestellt, in denen bis oben hin säuberlich aufgereihte Akten und Papiere lagerten. Einige dunkle Porträts lugten von den nackten weißen Wänden herunter, ein besonders großes Bild zeigte den derzeitigen König der Union als jungen Mann mit weisem und ernstem Blick. Das wurde ganz offensichtlich gemalt, bevor er zu einer senilen Witzblattfigur wurde. Heutzutage versprüht er weniger Autorität als vielmehr sabbernden Speichel. In der Mitte des Raumes stand ein schwerer, runder Tisch, auf dessen Platte eine äußerst detaillierte Karte der Unionsländer gezeichnet worden war. Jede Stadt, in der es eine Abordnung der Inquisition gab, war mit einem Edelstein markiert, und im Zentrum des Tisches erhob sich eine silberne Nachbildung von Adua. Der Erzlektor saß auf einem altertümlichen Stuhl mit hoher Lehne an seinem Tisch und war tief in ein Gespräch mit einem anderen Mann versunken, einem hageren, allmählich kahl werdenden Essiggesicht in einer dunklen Robe. Sart sah mit einem Lächeln auf, als Glokta auf sie zuhinkte, während sich die Miene des anderen kaum veränderte. »Ah, Inquisitor Glokta, schön, dass Sie zu uns stoßen konnten. Kennen Sie, Generalinspektor Halleck?« »Ich hatte noch nicht das Vergnügen«, sagte Glokta, »nicht, dass es besonders nach einem Vergnügen aussieht.« Der alte Papierkrieger stand auf und schüttelte ohne Begeisterung Gloktas Hand. »Und dies ist einer meiner Inquisitoren, Sand Dan Glokta.« »Ja, natürlich«, brummte Halleck, »Sie waren in der Armee, wenn ich mich nicht irre. Ich habe Sie einmal fechten sehen.« Glokta tippte mit dem Stock auf sein Bein. »Ach, das ist vermutlich ein wenig her.« »Ja.« Es entstand Schweigen. »Der Generalinspektor wird demnächst auf ein höchst bedeutungsvolles Amt berufen«, erklärte Salt. »Er wird einen Sitz im geschlossenen Rat einnehmen.« »So, im geschlossenen Rat?« »Ein höchst bedeutungsvolles Amt in der Tat.« »Herleck schien jedoch überhaupt nicht begeistert.« »Das werde ich als Tatsache betrachten, wenn seine Majestät geruht hat, mir diese Ehre tatsächlich zu erweisen«, erwiderte er knapp. »Vorher nicht.« Salt umschiffte diese Klippe elegant. »Ich bin sicher, dass der Rat zu dem Schluss kommen wird, dass Sie der einzige passende Kandidat sind, nun, da Sepp den Teufel nicht mehr in Frage kommt.« »Unser alter Freund Teufel, der wofür nicht mehr in Frage kommt?« Herlecks Gesicht verdüsterte sich und erschüttelte den Kopf. »Teufel, ich habe zehn Jahre lang mit dem Mann gearbeitet. Zwar habe ich ihn nie gemocht, ebenso wenig wie sonst irgendjemandem deinem Gesicht nach, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass er ein Verräter ist.« Salt stimmte ihm betrübt zu, »das geht uns allen so, aber uns liegt sein Geständnis schwarz auf weiß vor.« Er hielt das gefaltete Schriftstück mit bedauerndem Gesicht hoch. »Ich fürchte, die Wurzeln der Korruption können bisweilen sehr tief gehen. Wer wüsste das besser als ich, dessen traurige Aufgabe es ist, solches Unkraut mit Stumpf und Stil auszureißen.« »In der Tat, in der Tat«, brummte Herlek und nickte grimmig, »Sie verdienen unseren ganzen Dank dafür. Sie ebenfalls, Inquisitor.« »Ah, ich doch nicht«, wehrte Glokta bescheiden ab. Die drei Männer sahen sich in gespieltem gegenseitigen Respekt scheinbar offen an.« Herlek schob seinen Stuhl zurück. »Nun, die Steuern treiben sich nicht von selbst ein. Ich muss wieder an die Arbeit.« »Genießen Sie die letzten Tage Ihrer jetzigen Arbeit«, sagte Salt. »Ich gebe Ihnen mein Wort, das der König bald nach Ihnen schicken wird.« Herlek erlaubte sich ein äußerst dünnes Lächeln, nickte ihnen dann steif zu und stolzierte davon. Der Sekretär begleitete ihn nach draußen, und die schwere Tür fiel zu. Schweigen trat ein. »Und ich will verdammt sein, wenn ich es als Erster breche.« »Sie fragen sich vermutlich, worum es gerade eben ging, nicht wahr, Glokta?« »Der Gedanke ist mir tatsächlich durch den Kopf gegangen, Euer Eminenz.« »Das dachte ich mir doch.« Salt erhob sich elegant aus seinem Stuhl und wanderte hinüber zum Fenster, die weiß behandschuhten Hände hinter dem Rücken. »Die Welt verändert sich, Glokta, die Welt verändert sich. Die alte Ordnung zerfällt. Loyalität, Pflicht, Stolz, Ehre. Begriffe, die allmählich ganz aus der Mode gekommen sind. Was ist stattdessen an ihre Stelle getreten?« Er sah kurz über seine Schulter, und sein Mund kräuselte sich. »Gier!« »Die Kaufleute sind die neue Kraft im Land geworden. Bankleute, Ladenbesitzer, Verkäufer. Kleine Männer mit kleinem Verstand und kleinen Zielen. Männer, deren Loyalität nur ihnen selbst gilt, die sich nur der eigenen Börse verpflichtet fühlen, deren Stolz darin liegt, die über ihnen Stehenden zu betrügen, deren einzige Ehre mit Silbermünzen abgewogen werden kann.« »Da müssen wir wohl nicht mehr fragen, was sie von den Kaufleuten halten.« Salt streifte die Dächer der Stadt mit einem grimmigen Blick und wandte sich dann wieder Glokta zu. »Heute scheint es, als ob der Sohn eines Jedermann Zugang zu höherer Bildung bekommen, ein Geschäft gründen und reich werden kann. Die Kaufmannsgelden, die Tuchhändler, die Gewürzhändler und wen es da sonst noch gibt, gewinnen stetig an Reichtum und Einfluss. Geckenhafte, eingebildete Emporkömmlinge befehlen nun denjenigen, die von Natur aus über ihnen stehen. Mit ihren dicken, gierigen Fingern sind sie die Drahtzieher hinter den Entscheidungen der Macht. Es ist kaum noch auszuhalten. Ein Schauder überlief ihn, während er den Raum durchquerte. »Ich will ehrlich mit Ihnen sein, Inquisitor.« Der Erzlektor machte eine elegante Handbewegung, als sei seine Ehrlichkeit ein unschätzbares Geschenk. Die Union hat scheinbar noch nie so viel Macht gehabt wie jetzt und niemals über mehr Land geherrscht, aber hinter dieser Fassade sind wir schwach. Es ist ja kein Geheimnis, dass der König überhaupt nicht mehr in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu fällen. Kronprinz Ladislar ist ein Stutzer, umgeben von Schmeichlern und Narren, der sich lediglich für Glücksspiel und Kleider interessiert. Prinz Reynaud wäre ein wesentlich besserer Regent, aber er ist eben nur der jüngere Sohn. Der geschlossene Rat, dessen Aufgabe es sein sollte, dieses leckeschlagene Schiff zu steuern, sitzt voller Betrüger und Intriganten. Einige mögen loyal sein, andere sind es offensichtlich nicht, und jeder versucht, den König in die ihm liebste Richtung zu lenken. Wie betrüblich, wo Sie ihn doch wahrscheinlich alle in die Richtung lenken sollten, die Ihnen am liebsten wäre. Währenddessen wird die Union bedrängt von Feinden, von Gefahren außerhalb unserer Grenzen, aber auch innerhalb. Gurkul hat einen neuen, höchst entschlossenen Imperator, der sein Land für einen weiteren Krieg rüstet. Die Nordmänner stehen ebenfalls unter Waffen und rücken gegen die Grenze von Angland vor. Im offenen Rat verlangen die Edelleute lauthals nach ihren angestammten Rechten, während die Bauern in ihren Dörfern nach Neuen schreien. Er seufzte tief. Ach, Herr, die alte Ordnung zerfällt, und niemand hat den Mut, sie zu verteidigen. Salt hielt inne und starrte zu einem der Porträts hoch, das einen stark gebauten, kahlen Mann in weißer Kleidung, zeigte. Glokta wusste, wer das war. Zoller, der größte aller Erzlektoren, unermüdlicher Kämpfer für die Inquisition, Held aller Folterknechte, Geißel aller Treulosen. Er starrte bösartig von der Wand herunter, als ob er selbst nach seinem Tod alle Verräter nur Kraft seines Blickes verbrennen könnte. Zoller, knurrte Salt. Zu seiner Zeit war alles anders, kann ich Ihnen sagen. Da gab es keine jammernden Bauern, keine betrügerischen Kaufleute, keine verstimmten Edelleute. Wenn jemand vergaß, wo sein Platz war, wurde er mit einem heißen Eisen daran erinnert, und jeder überkritische Richter, der deswegen Geschrei anstimmte, verschwand auf Nimmerwiedersehen. Die Inquisition war eine edle Institution, besetzt mit den besten und hellsten Köpfen. Ihrem König zu dienen und alle Treulosigkeit mit Stumpf und Stiel auszurotten, das war ihr einziges Ziel und ihr einziger Lohn. Ach, was war das Schön in der guten alten Zeit! Der Erzlektor glitt wieder auf seinen Stuhl und lehnte sich über den Tisch. Heute sind wir ein Land, in dem drittgeborene Söhne verarmter Edelleute sich die Taschen mit Bestechungsgeldern füllen, oder wo beinahe verbrecherischer Abschaum seiner Lust an der Folter nachgehen kann. Unser Einfluß auf den König wurde ständig ausgehöhlt und unsere Bezüge immer weiter beschnitten. Einst waren wir gefürchtet und respektiert, Glokta. Aber nun ... Sind wir elende Schwindler? Salt verzog das Gesicht. Nun, heute hat das nachgelassen. Um uns herum wuchern Intrigen und Verrat, und ich fürchte, die Inquisition ist ihre Aufgabe nicht länger gewachsen. Zu vielen der Superioren ist schon nicht mehr zu trauen. Sie setzen nicht länger die Interessen des Königs, des Staates oder anderer Menschen über ihre eigenen. »Die Superioren! Ihnen kann nicht mehr vertraut werden! Wie schockierend! Ich falle gleich in Ohnmacht!« Salzmine verfinsterte sich weiter. »Und jetzt ist Fiegt tot!« Glokta hob den Kopf. »Das ist nun wirklich eine Neuigkeit. Der Lord Kanzler!« Es wird morgen offiziell bekannt gegeben. Er schlar plötzlich vor ein paar Tagen, an dem Abend, als Sie mit Ihrem Freund Raves beschäftigt waren. Sein Tod wirft noch einige Fragen auf, aber der Mann war andererseits schon fast neunzig. Es ist vielmehr überraschend, dass er so lange durchgehalten hat. »Den goldenen Kanzler« nannten sie ihn, den größten Politiker seiner Zeit. Im Augenblick wird sein Antlitz in Stein gemeißelt für eine Statue am Weg der Könige. Salz schnaubte. »Das größte Geschenk, auf das unser einer hoffen kann!« Die Augen des Erzlektors verengten sich zu blauen Schlitzen. Falls Sie sich der kindischen Überzeugung hingaben, die Union werde von ihrem König beherrscht oder von diesen geschwätzigen, blaublütigen Narren im offenen Rat. Verabschieden Sie sich von dieser Idee. Die wahre Macht liegt beim geschlossenen Rat. Mehr denn je, seit der König erkrankt ist. Zwölf Männer auf zwölf großen, unbequemen Stühlen. Zwölf Männer, zu denen auch ich gehöre. Zwölf Männer mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen. Und zwanzig Jahre lang, in Krieg und Frieden, hat Fiegt für das richtige Gleichgewicht im Rat gesorgt. Er hat die Inquisition gegen die Richter ausgespielt und die Bankiers gegen das Militär. Er war die Achse, um die sich das Königreich drehte, das Fundament, auf dem es ruhte. Und sein Tod hinterlässt eine Lücke. Eine ganze Reihe klaffender Lücken sogar, und jedermann wird sich beeilen, sie stopfen zu wollen. Ich habe die Befürchtung, dass dabei der sentimentale Esel Marovia, dieser Jammerlappen von einem Kronrichter und selbsternannter Kämpfer für die Rechte des einfachen Mannes, gleich in der ersten Reihe stehen wird. Es ist eine wackelige und eine gefährliche Lage. Der Erzlektor stützte sich mit den Fäusten fest auf den Tisch. Wir müssen dafür sorgen, dass nicht die falschen Leute ihren Vorteil aus dieser Lage ziehen. Gloktan nickte. Ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen, Herr Erzlektor. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unseren Vorteil daraus ziehen und niemand anders. Es muss wohl nicht erst betont werden, dass der Posten des Lord Kanzlers zu den Mächtigsten im ganzen Reich gehört. Das Eintreiben der Steuern, die Staatskassen, die königlichen Münzstätten, über all dem hält er seine schützende Hand. Geld, Glokta, Geld. Und im Geld liegt die Macht, das versteht sich von selbst. Morgen wird ein neuer Kanzler gewählt. Der erste Kandidat wäre unser ehemaliger Meister der Münzstätten gewesen. Sepp dann Teufel. Ich verstehe. Irgendwie könnte ich mir denken, dass man ihn jetzt nicht mehr in Betracht zieht. Sals Lippen kräuselten sich. Teufel war eng verbunden mit den Kaufmannsgilden, vor allem mit den Tuchhändlern. Sein Mund zeigte nun offene Verachtung. Darüber hinaus war er eng vertraut mit Kronrichter Marovia. Sie sehen schon, er hätte auf keinen Fall einen geeigneten Lord Kanzler abgegeben. Nein, gewiss nicht. Er hätte wohl kaum gepasst. Generalinspektor Harleck ist eine wesentlich bessere Wahl, meiner Meinung nach. Glokta blickte zur Tür. Er? Lord Kanzler? Sals stand lächelnd auf und ging zu einem der Schränkchen an der Wand hinüber. Es gibt einfach niemand anderen. Jeder hasst ihn und er hasst jeden, außer mir. Außerdem ist er ein überzeugter Konservativer, der die Kaufleute und alles, wofür sie stehen, verabscheut. Er öffnete das Kabinett und nahm zwei Gläser und einen reich verzierten Dekanter heraus. Mit ihm sitzt dann zwar vielleicht kein freundliches Gesicht im Rad, aber eins, das uns gewogen ist und alle anderen ablehnt. Einen geeigneteren Kandidaten kann ich mir nicht vorstellen. Glokta nickte. Er scheint ehrlich zu sein. Aber nicht so ehrlich, dass ich mich ihm anvertrauen würde, damit er mich in meine Badewanne trägt. Täten Sie das, Eminenz? Ja, bekräftigte Sals, er wird für uns sehr wertvoll sein. Mit diesen Worten schenkte er zwei Gläser tiefroten Weins ein. Und davon abgesehen, konnte ich es noch arrangieren, dass die Wahl des neuen Meisters der Münzstetten ebenfalls auf einen Mann fällt, der uns gewogen ist. Offenbar schäumen die Tuchhändler vor Wut. Dieser Bastard Marovia ist auch ganz und gar nicht erfreut. Sals lachte leise in sich hinein. Lauter gute Nachrichten, und das verdanken wir Ihnen. Er hob eines der Gläser. Gift. Ein langsamer Tod, zuckend und kotzend auf dem hübschen Mosaikboden des Erzlektors. Vielleicht sinkt aber auch nur mein Kopf auf seinen Tisch, und alles wird schwarz. Doch es gab keine andere Möglichkeit, als das Glas zu nehmen und einen guten Schluck zu trinken. Der Wein schmeckte fremdartig, aber ausgesprochen gut. Vielleicht aus einem sehr schönen und sehr fernen Land. Und wenn ich hier sterbe, bleiben mir wenigstens die ganzen Stufen treppabwärts erspart. Aber der Erzlektor trank ebenfalls, mit breitem Lächeln und wohlwollender Miene. Dann scheint es, als würde ich diesen Nachmittag vielleicht doch überleben. Ja, wir haben einen guten ersten Schritt getan. Es sind wirklich gefährliche Zeiten. Und dennoch, wo Gefahr ist, ist oft auch Gelegenheit. Glokta spürte, wie ein seltsames Gefühl seinen Rücken hinaufkroch. Ist das Angst, oder ist es Ehrgeiz, oder beides? Ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, die Dinge in Ordnung zu bringen. Jemand, der keine Angst hat. Weder vor den Superioren, noch vor den Kaufleuten. Noch nicht einmal vor dem geschlossenen Rat. Jemand, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass er mit Geschick, Diskretion und Kaltblütigkeit vorgeht. Jemand, an dessen Ergebenheit gegenüber der Union nicht zu zweifeln ist, aber der dennoch keine Freunde innerhalb der Regierung hat. Jemand, der von allen gehasst wird. Jemand, der den Schlag abfangen wird, wenn die Sache schiefgeht. Jemand, um den bei seiner Beerdigung nur wenige trauern werden. Ich benötige einen freigestellten Inquisitor, Glokta. Jemanden, der außerhalb des Zugriffs der Superioren operiert, aber von mir mit allen Vollmachten ausgestattet wird. Jemanden, der nur mir gegenüber verantwortlich ist. Der Erzlektor hob eine Augenbraue, als sei ihm gerade erst ein Gedanke gekommen. Es erscheint mir, als seien Sie für diese Aufgabe überdurchschnittlich gut geeignet. Was denken Sie? Ich denke, der Mann auf einem solchen Posten hätte sehr viele Feinde und nur einen einzigen Freund. Glokta musterte das Gesicht des Erzlektors, und dieser Freund könnte sich als wenig verlässlich erweisen. Ich denke, ein Mann auf einem solchen Posten würde möglicherweise nicht sehr alt. Könnte ich etwas Zeit bekommen, um darüber nachzudenken? Nein. Wo Gefahr ist, ist oft auch Gelegenheit. Dann nehme ich das Angebot an. Ausgezeichnet. Ich bin überzeugt, dies ist der Beginn einer langen und fruchtbaren Zusammenarbeit. Sult lächelte ihn über den Rand seines Weinglases hinweg an. Wissen Sie, Glokta, von all den Kaufleuten, die da draußen ihren gierigen Geschäften nachgehen, finde ich die Tuchhändler am unerträglichsten. Es war größtenteils ihrem Einfluss zuzuschreiben, dass Westport der Union beitrat, und mit dem Geld von dort haben wir den Gurkisischen Krieg gewonnen. Der König hat sie daraufhin mit unschätzbar wertvollen Handelsrechten belohnt, aber seitdem ist ihre Arroganz wirklich ins Maßlose gewachsen. Man könnte geradezu meinen, sie hätten die Schlachten selbst geschlagen, so überheblich geben sie sich, und so viele Freiheiten nehmen sie sich heraus. Die ehrbare Tuchhändler-Gilde, sagte er voller Verachtung. Jetzt, wo uns ihr Freund Raves die Möglichkeiten in die Hand gegeben hat, sie richtig bluten zu lassen, wäre es doch eine Schande, scheint mir, wenn wir sie wieder vom Haken ließen. Glokta war sehr überrascht, versteckte das aber gut, wie er glaubte. »Weitermachen? Warum? Wenn die Tuchhändler wieder vom Haken gelassen werden, werden sie weiterzahlen, und alle Beteiligten sind glücklich. Im Augenblick sind sie verängstigt und angreifbar. Sie fragen sich, wen Raves bezichtigt haben mag, und wer als nächstes auf den Folterstuhl kommt. Wenn wir sie weiter in die Zange nehmen, könnte es sein, dass sie ernsthaften Schaden nehmen oder ganz zerschlagen werden. Dann werden sie nicht mehr zahlen, und vielen Leuten wird das gar nicht gefallen, darunter einige, die hier in diesem Gebäude sitzen.« »Ich kann meine Nachforschungen gern weiterführen, eure Eminenz, wenn sie das wünschen.« Glokta nahm einen weiteren Schluck. Der Wein war wirklich hervorragend. »Wir müssen vorsichtig sein, vorsichtig und äußerst gründlich. Das Geld der Tuchhändler fließt wie Milch. Sie haben viele Freunde, selbst in den höchsten Adelskreisen. Brock, Huygen, Ischer und andere. Einige der größten Männer des Landes. Von ihnen allen weiß man, dass sie einmal an dieser Zitze gesaugt haben, und Säuglinge schreien, wenn man ihnen ihre Milch wegnimmt.« Ein grausames Lächeln zog über Sals Gesicht. Aber damit Kinder Disziplin erlernen können, muss man sie manchmal zum Weinen bringen. Wen hat dieser unglückselige Raves überhaupt genannt? Glokta lehnte sich, den Schmerz missachtend, nach vorn und zog Raves Geständnis zu sich heran, faltete das Papier auseinander und überflog die Liste der Namen von oben nach unten. »Sepp, dein Teufel, wie wir wissen.« »Oh, und wir kennen und lieben ihn, Inquisitor«, sagte Salt und lächelte auf Glokta hinab. »Aber ich habe das Gefühl, Ihnen können wir guten Gewissens von der Liste streichen. Wer noch?« »Nun, sehen wir uns das einmal an.« Glokta ließ einen nachlässigen Blick über die Seite streifen. »Da ist noch Harrod Polst, Tuchhändler.« Eine unbedeutende Figur. Salt machte eine ungeduldige Handbewegung. »Er ist ein Niemand.« »Solimus Gandhi, Tuchhändler aus Westport.« »Auch unbedeutend.« »Nein, Glokta, wir haben doch sicher etwas Besseres als diesen Solimus Dingsbums, oder nicht? Diese kleinen Tuchhändler interessieren uns nicht. Man muss die Wurzeln ausreißen. Dann geht das Blattwerk von selbst ein.« »Das ist wahr, Herr Erzlektor. Wir haben da noch Willem den Robb, niederer Adel, hat einen Juniorposten bei der Zollmeisterei.« Salt sah nachdenklich aus, dann schüttelte er den Kopf. »Dann gibt es noch ... Warten Sie. Willem den Robb.« Der Erzlektor schnippte mit den Fingern. »Sein Bruder Kiral ist einer der Edelmänner der Königin. Er hat mich bei einem gesellschaftlichen Anlass brüskiert.« Salt lächelte. »Ja, Willem den Robb. Holen Sie ihn sich.« Und so geht es immer tiefer. »Ich diene, und gehorche, euer Eminenz. Gibt es einen bestimmten Namen, der unbedingt berücksichtigt werden sollte?« Glokta stellte sein leeres Glas auf den Tisch. »Nein.« Der Erzlektor wandte sich ab und machte wieder eine wegwerfende Handbewegung. »Irgendeine. Von mir aus Sie alle. Mir ist es egal.« Der Erste der Magie Der See erstreckte sich endlos weit, umkränzt von steilen Felsen und tropfendem Grünzeug. Die Wasserfläche wurde von den Regentropfen zernarbt und lag flach und grau da, soweit das Auge reichte. Logans Augen reichten bei diesem Wetter allerdings nicht sehr weit. Das gegenüberliegende Ufer war vielleicht hundert Schritte entfernt, aber die ruhigen Wasser sahen tief aus. Sehr tief. Logan hatte es schon lange aufgegeben, trocken bleiben zu wollen, und das Wasser lief durch sein Haar, sein Gesicht herunter, tropfte von seiner Nase, den Fingern, dem Kinn. Es war Teil seines Lebens geworden, nass, müde und hungrig zu sein. Er schloss die Augen und fühlte den Regen gegen seine Haut schlagen, hörte, wie die kleinen Wellen an den Kieseln schmatzten. Am Ufer kniete er sich hin, zog den Stopfen aus seiner Feldflasche und drückte sie unter Wasser. Dann sah er den aufsteigenden Luftblasen zu, als sie sich allmählich füllte. Malakus Quai stolperte aus dem Gebüsch und atmete schnell und flach. Er sank auf die Knie, lehnte sich gegen ein paar hoch aufragende Baumwurzeln, hustete und spuckte den Auswurf auf die Steine. Sein Husten hörte sich inzwischen ziemlich schlimm an. Er kam tief aus seinen Eingeweiden und ließ den ganzen Brustkorb erbeben. Inzwischen war er sogar noch blasser als an jenem Tag, als sie sich zuerst begegnet waren, und wesentlich dünner. Logen war allerdings inzwischen auch um einiges schmaler geworden. Es waren harte Zeiten, keine Frage. Nun ging er zu dem ausgemergelten Zauberlehrling hinüber und ließ sich neben ihm auf den Boden nieder. Wartet noch einen Augenblick. Quai schloss die tiefliegenden Augen und legte den Kopf in den Nacken. Nur einen Augenblick. Sein Mund stand offen, und die Sehnen an seinem dürren Hals traten weit hervor. Er sah jetzt schon wie ein Toter aus. »Rut euch nicht allzu lange aus, sonst steht ihr vielleicht gar nicht mehr auf.« Logen hielt ihm die Flasche hin. Quai streckte nicht einmal den Arm aus, um sie zu nehmen, daher schob Logen sie ihm an den Mund und kippte sie ein wenig. Der Lehrling trank einen gequälten Schluck, hustete und ließ dann den Kopf wie einen Stein gegen den Baum sinken. »Wisst ihr, wo wir sind?« fragte Logen. Quai sah zum Wasser hinüber, als fiele ihm der große See erst jetzt auf. »Das muss die nördliche Spitze des Sees sein. Hier sollte es irgendwo einen Pfad geben.« Seine Stimme verebte zu einem Flüstern. »An der südlichen Spitze gibt es eine Straße mit zwei Steinen.« Plötzlich brach er wieder in heftiges Husten aus und schluckte unter Schwierigkeiten. »Wenn ihr der Straße über die Brücke folgt, seid ihr da«, krächzte er. Logen sah das Ufer entlang zu den tropfenden Bäumen. »Wie weit ist es noch?« Keine Antwort. Vorsichtig fasste er den Kranken an seiner knochigen Schulter und schüttelte ihn. Quais Augenlider hoben sich zuckend, und er starrte zu Logen auf, während er sich bemühte, wieder klar zu sehen. »Wie weit?« »Vierzig Meilen.« Logen saugte an seinen Zähnen. Quai würde keine vierzig Meilen laufen können. Er konnte schon fast von Glück sagen, wenn er vierzig Schritt ohne Hilfe schaffte. Offenbar wusste er das selbst. Es war in seinen Augen zu lesen. »Bald würde er tot sein«, vermutete Logen. Es würde höchstens noch ein paar Tage dauern. Schon stärkere Männer waren einem solchen Fieber erlegen. »Vierzig Meilen.« Logen dachte sorgfältig darüber nach und rieb sich mit dem Daumen über das Kinn. »Vierzig Meilen.« »Scheiße«, flüsterte er. Als nächstes zog er ihr Gepäck zu sich heran und öffnete es. Sie hatten noch ein wenig zu essen, aber nicht mehr viel. Ein paar Stückchen Trockenfleisch, eine Kante verschimmelten Brots. Er sah auf den See hinaus, der friedlich vor ihnen lag. Zumindest würden sie in nächster Zeit keinen Mangel an Trinkwasser haben. Er zog seinen schweren Kochtopf aus seinem Rucksack und stellte ihn auf den Kieselstrand. Sie waren lange zusammen gewesen, er und der Topf, aber es gab jetzt nichts mehr zu kochen. Man darf sein Herz nicht zu sehr an solche Dinge hängen, nicht hier draußen in der Wildnis. Das Seil schleuderte er ins Gebüsch, und dann setzte er sich den wesentlich leichteren Rucksack wieder auf. Quays Augen hatten sich erneut geschlossen, und er atmete kaum noch. Logen wusste noch gut, wie es gewesen war, als er zum ersten Mal jemanden hatte zurücklassen müssen. Er erinnerte sich, als sei es erst gestern gewesen. Komisch, der Name des Jungen war ihm entfallen, aber das Gesicht hatte sich ihm eingebrannt. Ein Schanker hatte ihm ein Stück aus dem Oberschenkel gerissen, ein großes Stück. Er hatte den ganzen Weg über gestöhnt und nicht mehr laufen können. Die Wunde hatte sich übel entwickelt. Es war klar gewesen, dass er so oder so sterben würde. Sie hatten ihn zurücklassen müssen. Niemand hatte Logen deswegen einen Vorwurf gemacht. Der Kleine war noch zu jung gewesen, er hätte gar nicht erst mitkommen dürfen. Er hatte Pech gehabt, das konnte jedem passieren. Aber dann hatte er geweint und geschrien, als sie grimmig und schweigend mit gesenkten Köpfen den Hügel hinaufgeschritten waren. Logen war sich sicher gewesen, dass er die Schreie noch gehört hatte, als sie schon viel zu weit weg gewesen waren. Er hörte sie immer noch. In den Kriegen war es etwas anderes. Auf den langen Märschen in der kalten Jahreszeit blieben ständig Männer liegen. Erst wurden sie immer langsamer und fielen zurück, dann sanken sie um. Die Frierenden, die Kranken, die Verwundeten. Logen fröstelte und ließ die Schultern hängen. Zuerst hatte er versucht, ihnen zu helfen. Dann war er froh gewesen, dass es ihm nicht ebenso ging. Und später war er einfach über die Toten hinweggestiegen und hatte sie kaum noch wahrgenommen. Man bekommt einen Blick dafür, wenn jemand nicht mehr aufstehen wird. Er sah Malakus Quai ins Gesicht. Ein weiterer Toter in der Wildnis war keine große Sache. Da musste man schließlich realistisch sein. Der Zauberlehrling erwachte aus seinem unruhigen Schlummer und versuchte, auf die Füße zu kommen, seine Hände zitterten stark. Dann sah er mit hellglänzenden Augen zu Logen auf. »Ich kann nicht aufstehen«, krächzte er. »Ich weiß. Es hat mich überrascht, dass ihr es überhaupt soweit geschafft habt.« Das war jetzt im Grunde egal. Logen kannte den Weg. Wenn er den Pfad ausfindig machen konnte, schaffte er vielleicht zwanzig Meilen am Tag. »Wenn ihr mir etwas von dem Essen hier lassen könntet, vielleicht, wenn ihr die Bibliothek erreicht, dann könnte jemand ...« »Nein«, sagte Logen und reckte das Kinn vor. »Ich brauche das Essen.« Quai gab ein seltsames Geräusch von sich, halb Husten, halb Schluchzen. Logen beugte sich hinunter, drückte seine rechte Schulter gegen Quais Bauch und schob ihm den Arm unter den Rücken. »Ich kann euch ohne Essen keine vierzig Meilen tragen«, sagte er und richtete sich auf, den Lehrling über der Schulter. Dann ging er den Strand entlang. Quai hielt er an seiner Jacke fest, während seine Stiefel auf den Kieseln knirschten. Der Zauberlehrling bewegte sich nicht. Er hing da wie ein Sack nasser Lumpen, und seine kraftlosen Arme baumelten gegen Logans Beine. Als er etwa dreißig Schritte zurückgelegt hatte, drehte Logen sich um und blickte zurück. Der Topf saß einsam am Seeufer und füllte sich allmählich mit Regenwasser. Sie hatten viel miteinander durchgemacht, er und dieser Topf. »Leb wohl, alter Freund.« Der Topf antwortete nicht. Logen setzte seine zitternde Bürde sanft am Straßenrand ab und streckte den schmerzenden Rücken, kratzte sich an dem dreckigen Verband um seinen Arm und nahm einen Schluck Wasser aus der Feldflasche. Wasser war das Einzige, was ihm den ganzen Tag über die Kehle hinuntergewandert war, und der Hunger wütete in seinen Gedärmen. Aber immerhin hatte es aufgehört zu regnen. Man musste sich an den kleinen Freuden des Lebens laben, wie zum Beispiel an trockenen Stiefeln. Man muss die kleinen Dinge schätzen lernen, wenn man sonst nichts hat. Logen spuckte auf den Weg vor sich und rieb die tauben Finger, bis sie prickelten. Diese Markierung konnte man nicht verfehlen, so viel war mal klar. Die zwei hohen Steine überschatteten die Straße, uralt und zernarbt, unten mit grünem Moos bewachsen, weiter oben mit grauer Flechte. Sie waren mit ausgewaschenen Steinritzungen bedeckt, mit Linien oder Buchstaben, in einer Schrift, die Logen nicht entziffern konnte, die er nicht einmal wiedererkannte. Auf alle Fälle strahlten sie etwas Verbotenes aus, mehr Warnung als Willkommen. Das erste Gebot. Was? fragte Logen überrascht. Seit sie den Topf vor zwei Tagen zurückgelassen hatten, dämmerte Quai in einem unangenehmen Zustand zwischen Wachen und Schlafen dahin. Der Topf hätte wahrscheinlich bedeutungsvollere Geräusche von sich geben können. Als sie am Morgen aufgewacht waren, hatte Logen festgestellt, dass Quai kaum noch atmete. Eigentlich hatte er zunächst sogar gedacht, er sei tot. Aber der Mann hing immer noch schwach an seinem Leben. Quai gab wirklich nicht so leicht auf. Das musste man ihm lassen. Logen ging auf die Knie und schob das nasse Haar aus Quais Gesicht. Der Lehrling packte ihn plötzlich am Handgelenk und zuckte nach vorn. »Es ist verboten«, flüsterte er und starrte Logen mit weit aufgerissenen Augen an, »die andere Seite zu berühren.« »Hä?« »Mit Teufeln zu sprechen«, krächzte Quai weiter und griff nun nach Logans abgewetztem Mantel. »Die Wesen der Unterwelt sind aus Lügen gemacht. Man darf es nicht tun.« »Will ich auch gar nicht«, murmelte Logen, und fragte sich, ob er je herausfinden würde, wovon der Zauberlehrling sprach. »Keine Sorge, ich versprechs', wenn es euch dann besser geht.« Es ging ihm nicht besser. Quai war schon wieder in seinen unruhigen Halbschlaf gefallen. Logen kaute an seiner Unterlippe. Er hatte darauf gehofft, dass der Lehrling noch einmal zu sich kommen würde, aber es erschien ihm nicht besonders wahrscheinlich. Nun, vielleicht konnte dieser Bayaz etwas tun. Der war immerhin der Erste der Magie, kundig der tiefsten Weisheit und so weiter. Also hob Logen sich Quai wieder auf die Schulter und stapfte zwischen den beiden uralten Steinen hindurch. Die Straße stieg steil an und führte in die Felsen oberhalb des Sees. An einigen Stellen verlief sie über einen aufgeschütteten Damm, an anderen war sie in den steinigen Untergrund hineingeschlagen worden. Der Zahn der Zeit hatte an ihr genagt, und sie war ausgetreten, voller Löcher und mit Unkraut überwuchert. Eine Biegung folgte der nächsten, und es dauerte nicht lange, bis Logen keuchte und schwitzte und seine Beine vor Anstrengung brannten. Sein Schritt wurde allmählich langsamer. Tatsache war, er wurde müde. Es war eine Müdigkeit, die nicht nur von dem Aufstieg herrührte oder von dem anstrengenden langen Weg, den er heute schon mit dem halbtoten Zauberlehrling auf dem Rücken zurückgelegt hatte, auch nicht von dem anstrengenden Marsch am Vortag oder sogar noch vom Kampf im Wald. Es war eine ganz allgemeine Müdigkeit. Er hatte alles satt, die Schanker, die Kriege, sein Leben. »Ich kann nicht ewig weiterlaufen, Malakos. Ich kann auch nicht ewig weiter kämpfen. Wie viel Scheiße muss ein Mann denn ertragen? Ach, ich müsste mich einen Augenblick hinsetzen, in einem richtigen, verdammten Stuhl. Ist das denn zu viel verlangt? Ist es das?« In dieser Stimmung, fluchend und bei jedem Schritt grummelnd und brummelnd, während ihm Quays Kopf gegen den Hintern schlug, erreichte Logen die Brücke. Sie war so uralt wie die Straße und mit Kletterpflanzen überwachsen, und sie erstreckte sich schlicht und schlank etwa zwanzig Schritte über eine schwindelerregende Schlucht. In großer Tiefe gurgelte ein Fluss über gezackte Felsen und füllte die Luft mit wildem Rauschen und schimmernder Gischt. Auf der anderen Seite hatte man zwischen hoch aufragenden, moosbewachsenen Felswänden eine hohe Mauer errichtet, die mit so viel Sorgfalt gebaut worden war, dass man fast nicht mehr sagen konnte, wo der natürliche Fels aufhörte und das Mauerwerk begann. Darin war ein einziges, altes Tor eingelassen, mit zerbeultem Kupfer beschlagen, das im Lauf der Jahre und durch die Feuchtigkeit grün geworden war. Während Logen sorgfältig seine Schritte über die glitschigen Steine lenkte, überlegte er aus einer Art Gewohnheit, wie diese Festung erstürmt werden konnte. Das war unmöglich. Nicht mit tausend sorgfältig ausgewählten Männern. Vor dem Tor war nur ein schmaler, steinerner Simms. Zu wenig Platz, um Leitern anzusetzen oder einen Rambock in Schwung zu bringen. Die Mauer war mindestens zehn Schritte hoch, und das Tor sah fürchterlich solide aus. Und wenn es den Verteidigern gelang, die Brücke zum Einsturz zu bringen … Logen lugte über die Brüstung und schluckte. Es ging ziemlich weit hinunter. Er nahm einen tiefen Atemzug und donnerte mit der Faust gegen das feuchte, grüne Kupfer. Vier laute, wiederhallende Schläge. So hatte er an die Tore von Carleon gehämmert, nach der Schlacht, und seine Bewohner hatten sich eilend ergeben. Jetzt aber hatte es niemand eilig. Er wartete. Dann klopfte er erneut. Und wartete. Allmählich wurde er vom hochwirbelnden Wassernebel vom Fluss immer nasser. Schlecht gelaunt knirschte er mit den Zähnen und hob erneut den Arm. Doch nun öffnete sich eine kleine Luke, und zwischen dicken Gitterstangen starrten ihn zwei rot geränderte Augen an. »Wer ist es jetzt denn?«, fragte eine grobe Stimme Barsch. »Neun Finger, Logen, heiße ich. Ich hätte nie von euch gehört.« Das war nicht gerade das Willkommen, das Logen sich erhofft hatte. »Ich komme, um mich mit Bayaz zu treffen.« »Keine Reaktion.« »Der Erste, der ...« »Ja, er ist hier.« Aber die Tür öffnete sich nicht. »Er lässt keine Besucher vor. Das habe ich dem letzten Gesandten schon erklärt.« »Ich bin kein Gesandter. Ich habe Malakus Quai bei mir.« »Malaka was?« »Quai, den Zauberlehrling.« »Zauberlehrling?« »Er ist sehr krank,« sagte Logen mit langsamer Betonung. »Er könnte sterben.« »Krank, sagt ihr? Sterben, ja?« »Ja.« »Und wie war noch einmal euer Name?« »Macht einfach die verdammte Tür auf!« »Logen drohte der Luke wirkungslos mit der Faust.« »Bitte!« »Wir lassen hier nicht jeden hinein.« »Augenblick! Zeigt mir eure Hände!« »Was?« »Eure Hände!« »Logen hielt sie hoch.« »Die wässrigen Augen wanderten langsam von einem Finger zum anderen.« »Neun Finger. Da fehlt einer. Seht ihr?« Er drückte den Stumpf gegen die Klappe. »Neun, ja?« »Das hättet ihr doch gleich sagen können.« Mit einigem Getöse wurden Riegel zurückgeschoben, und das Tor öffnete sich. Ein ältlicher Mann, den das Gewicht seiner altmodischen Rüstung niederbeugte, starrte ihm misstrauisch entgegen. Er hielt ein Langschwert in Händen, das für ihn viel zu schwer war. Die Spitze zitterte hin und her, während er sich alle Mühe gab, die Waffe ruhig zu halten.« »Logen hob die Hände.« »Keine Sorge, ich ergebe mich.« Der ältliche Torwächter fand das nicht lustig. Er brummte verärgert, als Logen an ihm vorbeiging, dann drückte er mühsam das Tor wieder zu und machte sich ungeschickt, an den Riegeln zu schaffen, bevor er sich dann, ohne ein Wort zu sagen, abwandte und davontrottete. Logen folgte ihm ein enges Tal hinauf, das mit seltsamen Häusern gesäumt war, die verwittert und moosbehangen halb in die Felsen hineingen. Eine Frau mit missmutigem Gesicht saß an ihrem Spinnrad vor einer Tür, und sie warf Logen einen unfreundlichen Blick zu, als er mit dem bewusstlosen Zauberlehrling über der Schulter an ihr vorbeistapfte. Logen lächelte zurück. Sie war zwar keine Schönheit, keine Frage, aber das letzte Mal lag ja doch schon eine ganze Zeit zurück. Die Frau verschwand in ihrem Haus und warf die Tür schwungvoll ins Schloss, während sich ihr Spinnrad draußen weiterdrehte. Logen seufzte. Offenbar hatte er nichts von seinem Charme verloren. Das nächste Haus war eine Bäckerei mit einem viereckigen, rauchenden Schornstein. Der Geruch von frischgebackenem Brot ließ Logans leeren Magen knurren. Weiter vorn spielten und lachten einige dunkelhaarige Kinder, die um einen verkümmerten alten Baum herumtanzten. Sie erinnerten Logen an seine eigenen. Zwar sahen sie überhaupt nicht so aus, aber er war in einer äußerst trübsinnigen Stimmung. Zugegeben, er war ein wenig enttäuscht. Er hatte einen Ort erwartet, der irgendwie mehr Geist versprühte und wesentlich mehr lange Bärte zu bieten hatte. Diese Leute hier wirkten nicht besonders weise. Sie sahen wie ganz normale Bauern aus. Hier war es ganz ähnlich wie in seinem eigenen Dorf, bevor die Schanker kamen. Er fragte sich, ob er überhaupt am richtigen Ort angekommen war. Dann beschrieb der Weg eine Kurve. Drei große, sich zur Spitze hin verjüngende Türme waren in den Berg hineingebaut worden, sodass sie ein gemeinsames Fundament teilten, sich aber weiter oben trennten. Sie waren mit dunklem Efeu bewachsen und wirkten noch weit älter als selbst die uralte Brücke und das Tor, so alt wie der Berg selbst. Ein durcheinander kleinerer Gebäude kauerte sich zu ihren Füßen und umsäumte einen großen Hof, auf dem Leute allen möglichen alltäglichen Beschäftigungen nachgingen. Auf einer kleinen Veranda war eine Frau mit Buttern beschäftigt. Ein Hufschmied versuchte, ein widerspenstiges Pferd zu beschlagen, ein alter, kahler Metzger in einer fleckigen Schürze, hatte gerade ein Tier in Stücke geschnitten und wusch sich die blutigen Unterarme in einem Trog. Und auf den breiten Stufen, die zu dem höchsten der drei Türme hinaufführten, saß ein großartig anzusehender alter Mann. Er war ganz in weiß gekleidet, mit langem Bart, einer Hakennase und weißem Haar, das unter einem weißen Käppchen hervorquoll. Jetzt war Logen endlich beeindruckt. Der erste der Magi sah tatsächlich so aus, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Als Logen auf ihn zukam, sprang er von den Stufen auf und lief ihm entgegen, während sein weißer Mantel hinter ihm her flatterte. »Setzt ihn hier ab«, sagte er leise und deutete auf die kleine Grasfläche am Brunnen. Logen bückte sich und ließ Quai zu Boden gleiten, so sanft, wie das bei seinem schmerzenden Rücken möglich war. Der alte Mann beugte sich über den Lehrling und legte ihm eine knotige Hand auf die Stirn. »Ich bringe euch euren Zauberlehrling zurück«, brummte Logen überflüssigerweise. »Meinen?« »Seid ihr nicht bei Ass?« Der alte Mann lachte. »Oh nein, ich bin Wells, der oberste Diener hier in der Bibliothek.« »Ich bin Bayas«, ertönte nun eine Stimme hinter Logen. Der Metzger kam langsam auf sie zu und wischte sich die Hände an einem Lappen ab. Er mochte um die sechzig sein und war von schwerer Statur, mit einem ausdrucksvollen, zerfurchten Gesicht und einem kurzgeschnittenen, grauen Bart rund um den Mund. Er war völlig kahl, und die Nachmittagssonne spiegelte sich auf seiner gebräunten Glatze. Zwar war er weder gutaussehend, noch wirkte er majestätisch, aber als er näher kam, schien ihm doch ein gewisses Etwas zu umgeben, eine Art Selbstsicherheit und Autorität. Ein Mann, der es gewohnt war, Befehle zu erteilen, und der es gewohnt war, dass man ihm gehorchte. Der Erste der Magi nahm Logans Linke in seine beiden Hände und drückte sie warmherzig, dann drehte er sie um und betrachtete den Stumpf des fehlenden Fingers. »Neun Finger, Logen. Der, den Sie den blutigen Neuner nennen. Selbst hier, zurückgezogen in meiner Bibliothek, habe ich Geschichten von euch gehört.« Logen verzog das Gesicht. Er konnte sich schon denken, was das für Geschichten gewesen waren. »Das ist lange her.« »Natürlich. Wir haben alle unsere Vergangenheit, nicht wahr? Ich beurteile niemanden nach dem Hörensagen.« Und Bayaz lächelte. Ein breites, weißes, strahlendes Lächeln. Sein Gesicht wurde von freundlichen Runzeln durchzogen, aber um seine tiefliegenden grünen Augen blieb eine gewisse Härte zurück. Eine steinerne Härte. Logen grinste zurück, aber er war bereits zu der Überzeugung gekommen, dass er sich diesen Mann nur sehr ungern zum Feind machen wollte. »Und ihr habt das verlorene Lamm wieder zu seiner Herde zurückgebracht.« Bayaz warf einen düsteren Blick auf Malakus Quai, der bewegungslos im Gras lag. »Wie geht es ihm?« »Ich denke, Herr, er wird es überleben,« sagte Wells. »Aber wir sollten ihn nicht in der Kälte liegen lassen.« Der Erste der Magi schnippte mit den Fingern, und ein scharfes Knacken erscholl aus einem der Gebäude. »Helft ihm!« Der Schmied eilte voran und nahm Quais Füße, und gemeinsam trugen er und Wells den Zauberlehrling durch die hohe Tür hinein in die Bibliothek. »Nun, Meister Neunfinger, ich rief, und ihr seid gekommen, und das zeugt von guten Manieren. Vielleicht sind Manieren im Norden ein wenig aus der Mode gekommen, aber ich möchte euch versichern, dass ich sie zu schätzen weiß. Höflichkeit sollte stets mit Höflichkeit vergolten werden, meine ich. Aber was ist denn nun los?« Der alte Torwächter kam zurück über den Hof geeilt und war sehr außer Atem. Zwei Besucher an einem Tag? Was kommt dann wohl als nächstes? »Meister Bayaz«, keuchte der Torwächter, »da sind Reiter am Tor, mit guten Pferden und schwer bewaffnet. Sie sagen, sie hätten eine dringende Botschaft vom König der Nordmänner!« »Bethod«, von ihm musste die Rede sein. Die Geister hatten gesagt, dass er sich selbst einen goldenen Hut aufgesetzt hatte, und wer sonst hätte es gewagt, sich »König der Nordmänner« zu nennen? Logen schluckte. Bei dem letzten Zusammentreffen war er knapp mit dem Leben davon gekommen, aber auch mit weiter nichts. Das war allerdings schon mehr, als viele andere von sich sagen konnten. Viel mehr. »Nun, Meister«, fragte der Torwächter, »soll ich sie wieder wegschicken?« »Wer führt sie an?« »Ein auffällig gekleideter junger Mann, mit einem verbissenen Gesicht. Er sagt, er sei der Sohn des Königs oder so was.« »Ist es Calder oder Scale? Sie sehen beide ein bisschen verbissen aus.« »Der Jüngere, schätze ich.« Calder also, das war zumindest etwas. Sie waren beide schlimme Burschen, aber Scale war noch übler. Wenn sie zusammen waren, sorgten sie oft genug für Erfahrungen jener Art, die ein vernünftiger Mann am liebsten vermied. Bayaz schien einen Augenblick zu überlegen. »Prinz Calder darf eintreten, aber seine Männer müssen jenseits der Brücke bleiben.« »Ja, Herr, jenseits der Brücke.« Der Torwächter entfernte sich schwer atmend. Das würde Calder gefallen. Logen genoss die Vorstellung, wie der sogenannte Prinz machtlos durch die kleine Klappe brüllte. Er genoss sie sogar sehr. »Der König der Nordmänner nennt er sich jetzt. Ist es denn die Möglichkeit?« Bayaz blickte abwesend das Tal hinunter. »Ich kannte Bethet, als er noch nicht so groß war wie heute. Ihr auch, nicht wahr, Meister Neunfinger?« Logen verzog das Gesicht. Er hatte Bethet schon gekannt, als der so gut wie gar nichts war, ein kleiner Häuptling unter vielen. Logen hatte um Hilfe gegen die Schanker gebeten, und Bethet hatte sie ihm gewährt. Natürlich für einen Preis. Damals erschien dieser Preis gering, und die Sache wert. Man musste nur kämpfen, ein paar Leute töten. Logen war das Töten immer leichtgefallen, und Bethet schien damals ein Mann zu sein, für den es sich zu kämpfen lohnte. Kühn, stolz, unbarmherzig, gefährlich, ehrgeizig. Alles Eigenschaften, die Logen bewundert hatte. Damals. Alles Eigenschaften, von denen er gedacht hatte, er hätte sie selbst. Aber die Zeit hatte sie beide verändert, und der Preis war gestiegen. »Er war früher einmal ein besserer Mensch«, überlegte Bayaz. »Aber Kronen verändern einige Menschen zu ihrem Nachteil. Kennt ihr seine Söhne?« »Besser, als mir lieb ist.« Bayaz nickte. »Sie taugen rein gar nichts, nicht wahr? Und ich fürchte, sie werden sich nie zum Besseren entwickeln. Man stelle sich nur vor, der Wirrkopf-Scale würde König.« Der Zauberer erschauderte. »Da möchte man doch beinahe seinem Vater ein langes Leben wünschen. Beinahe. So richtig dann doch nicht.« Das kleine Mädchen, das Logen hatte spielen sehen, lief nun zu ihnen. Sie trug eine Girlande aus gelben Blumen in den Händen und hielt sie dem alten Zauberer entgegen. »Die habe ich gemacht«, sagte sie. Logen hörte derweil den schnellen Hufschlag eines Pferdes die Straße hinaufkommen. »Für mich? Wie bezaubernd.« Bayaz nahm mir die Blumen ab. Ausgezeichnete Arbeit, mein liebes Kind. Der Meisterschöpfer selbst hätte es nicht besser machen können. Der Reiter stürmte in den Hof, zügelte sein Pferd mit aller Härte und schwang sich aus dem Sattel. Kerder. Die Jahre waren freundlicher zu ihm gewesen als zu Logen. Er war in feines, schwarzes Tuch gekleidet, das mit dunklem Pelz verbrämt war. Ein großer, roter Edelstein leuchtete an seinem Finger, und das Heft seines Schwertes war mit Gold beschlagen. Er war gewachsen und in die Breite gegangen, zwar nur halb so massig wie sein Bruder Scale, aber doch ein gewaltiger Mann. Sein bleiches, stolzes Gesicht war jedoch noch ganz so, wie Logen sich erinnerte. Die dünnen Lippen hatte er zu einem verächtlichen Lächeln verzogen. Er warf der Frau mit dem Butterfass die Zügel zu und schritt dann energisch über den Hof, während er sich mit gebieterischem Blick umsah und sein langes Haar in der leichten Brise flatterte. Als er noch zehn Schritte entfernt war, erkannte er Logen. Kerder klappte die Kinderader herunter. Er trat erschrocken einen halben Schritt zurück, und seine Hand zuckte zum Heft seines Schwertes. Dann lächelte er kalt. »Ihr habt euch jetzt wohl Hunde angeschafft, Bayaz. Auf diesen hier würde ich gut Acht geben. Von ihm ist bekannt, dass er die Hand beißt, die ihn füttert.« Seine Lippen kräuselten sich noch mehr. »Ich könnte ihn für euch erledigen, wenn ihr wünscht.« Logen zuckte die Achseln. Starke Worte waren etwas für Narren und Feiglinge. Kerder war vielleicht beides. Logen aber weder das eine noch das andere. Wenn man jemanden umbringen wollte, dann beeilte man sich besser damit, anstatt lange herumzureden. Gerede gab dem Gegner nur Gelegenheit, sich vorzubereiten, und das war schließlich das Letzte, was man wollte. Daher sagte Logen nichts. Kerder mochte ihm das als Schwäche auslegen, wenn er wollte, das war ihm auch recht. Möglich, dass er erschreckend oft in Kämpfe verwickelt wurde, aber Logen selbst war lange, lange schon darüber hinaus, sie von sich aus anzustreben. Bethesds Zweitgeborener wandte sich nun abfällig an den ersten der Magi. »Mein Vater wird sehr unzufrieden sein, Bayaz. Dass meine Männer draußen vor dem Tor warten müssen, zeugt von wenig Respekt.« »Aber ich habe doch auch nur so wenig, Prinz Kerder«, erwiderte der Zauberer ruhig. »Bitte seid nicht enttäuscht. Euer letzter Botschafter wurde nicht einmal über die Brücke gelassen, also machen wir doch schon Fortschritte.« Kerder zog ein bärbeißiges Gesicht. »Wieso habt ihr meinem Vater nicht gehorcht, als er euch zu sich befahl?« »Es werden so viele Anforderungen an meine Zeit gestellt«, sagte Bayaz und hielt die Blumengelande hoch. »So etwas macht sich nicht von selbst, wisst ihr.« Der Prinz fand das nicht besonders lustig. »Mein Vater«, tönte er, »Bethet, König der Nordmänner, befiehlt euch, zu ihm nach Carleon zu reiten.« Er häusperte sich. »Er wird nicht ...« Er hustete. »Was?«, fragte Bayaz gebieterisch. »Sprecht lauter, Junge.« »Er befiehlt ...« Wieder hustete der Prinz, keuchte, würgte. Er fuhr sich mit der Hand an die Kehle. Die Luft schien plötzlich still geworden zu sein. »Er befiehlt. Wie?«, wiederholte Bayaz mit düsterer Miene. »Bringt den großen Juvens aus dem Land der Toten zurück. Er darf mir Befehle erteilen. Er allein und sonst niemand.« Seine Miene verdüsterte sich noch mehr, und Logen musste dem dringenden Wunsch widerstehen, zurückzuweichen. »Ihr dürft es nicht. Und auch nicht euer Vater. Ganz gleich, wie er sich nennt.« Calder sank langsam auf die Knie, mit verzerrtem Gesicht und tränenden Augen. Bayaz sah ihn von oben bis unten an. »Welch ein trauriger Aufzug. Ist jemand gestorben?« »Hier ...« Er warf die Blumenkette über den Kopf des Prinzen. »Ein wenig Farbe wird eure Stimmung möglicherweise etwas heben. Sagt eurem Vater, er möge selbst kommen. Ich verschwende meine Zeit nicht an Narren und jüngere Söhne. Ich bin in dieser Hinsicht wirklich altmodisch. Ich spreche gern mit dem Kopf des Pferdes, nicht mit seinem Hinterteil. Habt ihr mich verstanden, Junge?« Calder sackte seitlich zusammen, und die Augen quollen rot aus seinem Kopf. Der erste der Magie machte eine huldvolle Handbewegung. »Ihr mögt gehen.« Der Prinz holte krampfartig Luft, hustete und rappelte sich auf, dann stolperte er zu seinem Pferd hinüber und zog sich in den Sattel, wesentlich weniger elegant als beim Absteigen. Er warf einen mordlustigen Blick über seine Schulter, als er auf das Tor zuritt, aber mit einem Gesicht, das so rot war wie ein gerade frisch versohlter Hintern, wirkte das nicht ganz so bedrohlich. Logen stellte fest, dass er breit grinste. Es war lange her, dass er so viel Spaß gehabt hatte. »Ich habe erfahren, dass ihr mit den Geistern reden könnt.« Diese Feststellung überrumpelte Logen ziemlich. »Hä? Dass ihr mit den Geistern sprecht.« Bayaz schüttelte verwundert den Kopf. »Das ist heutzutage eine seltene Gabe. Wie geht es Ihnen?« »Wem?« »Den Geistern?« »Ja.« »Sie schwinden.« »Bald werden sie schlafen, weh.« »Die Magie leckt heraus aus unserer Welt. Das ist der Gang der Dinge.« »Über die Jahre ist meine Weisheit gewachsen, und dennoch ist meine Macht geschwunden.« Ach, Calder schien recht beeindruckt. »Ach«, Bayaz winkte ab, »das war gar nichts. Ein kleiner Trick aus Fleisch und Luft. Kinderleicht.« »Nein, glaubt mir, die Magie versickert allmählich. Das ist eine Tatsache, ein Naturgesetz. Dennoch, es gibt viele Möglichkeiten, eine Nuss zu knacken, oder?« »Wenn ein Werkzeug dabei versagt, probiert man eben ein anderes.« Logen war sich nicht mehr völlig sicher, worüber sie eigentlich redeten, aber er war zu müde, um zu fragen. »Ja, tatsächlich«, murmelte der Erste der Magie, »es gibt viele Möglichkeiten, eine Nuss zu knacken. Wobei mir einfällt, ihr habt sicher Hunger.« In Logans Mund floss bei der bloßen Erwähnung von Essen der Speichel zusammen. »Ja«, murmelte er, »ja, ich könnte etwas essen.« »Natürlich.« Bayaz klopfte ihm herzlich auf die Schulter. »Und dann vielleicht ein Bart?« »Ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten, aber ich stelle immer wieder fest, dass es nichts Beruhigenderes gibt als heißes Wasser nach einem langen Spaziergang. Und wenn ich recht vermute, dann habt ihr mehr als einen langen Spaziergang hinter euch.« »Kommt mit mir, Meister Neunfinger. Hier seid ihr sicher.« Essen, Bad, Sicherheit. Logen musste sich zusammenreißen, damit er nicht zu weinen anfing, als er dem alten Mann in die Bibliothek folgte. Bauer und Bittsteller Draußen war ein heißer, heißer Tag. Die Sonne schien hell durch die Fenster mit ihren vielen Scheiben und zeichnete ein dünnes Äderwerk von Schatten auf den Holzfußboden des Audienzsaals. Es war später Nachmittag. Der Raum war dumpfig warm und so stickig wie eine Bratküche. Lord Schatzmeister Fortis Dan Hough, der in seiner schweren, fellbesetzten Amtstracht schwitzte und im Gesicht rot angelaufen war, hatte schon seit dem Mittag wachsend schlechte Laune. Harlan Morrow, sein Audienzsekretär, sah sogar noch schlechter aus. Ihn quälte zusätzlich zu der Hitze eine panische Angst vor Hough. Beide Männer schienen sich auf ihre eigene Weise schrecklich unbehaglich zu fühlen, aber sie durften wenigstens sitzen. Major West fühlte, wie der Schweiß in seine bestickte Galauniform sickerte. Seit fast zwei Stunden stand er in derselben Haltung da, mit den Händen hinter dem Rücken und zusammengebissenen Zähnen. Er sah zu, wie Lord Hough vor den Antragstellern und allen anderen Anwesenden schmollte und grummelte und bellte. Nicht zum ersten Mal an diesem Nachmittag wünschte sich West von ganzem Herzen unter einem Baum im Park zu liegen, am besten noch mit einem hochprozentigen Schluck in Reichweite. Oder vielleicht unter einem Gletscher, von Eis umschlossen. Überall, aber nicht hier. Bei diesen grässlichen Audienzen Wache zu stehen, gehörte wahrhaftig nicht zu Wests Lieblingsbeschäftigung, aber er hätte es noch schlimmer treffen können. Die acht Soldaten zum Beispiel, die entlang der Wände postiert waren, verdienten mehr Mitleid. Sie mussten in voller Rüstung antreten. West wartete darauf, dass einer von ihnen ohnmächtig und mit dem Geräusch eines Schranks voller Blechtöpfe nach vorn kippen würde, zweifelsohne zum größten Missfallen des Lord Schatzmeisters. Aber noch gelang es ihnen allen irgendwie, aufrecht stehen zu bleiben. »Wieso hat dieser verdammte Raum immer die falsche Temperatur?«, wollte Hoff gerade verärgert wissen, als sei die Hitze eine ausschließlich an ihn gerichtete Beleidigung. »Die eine Hälfte des Jahres ist es zu heiß, die andere zu kalt. Hier ist überhaupt keine frische Luft drin, kein bisschen. Wieso gehen diese Fenster nicht auf? Wieso können wir nicht endlich ein größeres Zimmer haben?« »Äh«, begann der gehetzte Sekretär und schob seine Brille den schweißnassen Nasenrücken hoch. »Audienzanträge wurden immer hier entgegengenommen, verehrter Lord Schatzmeister.« Unter dem furchteinflößenden Blick seines Vorgesetzten hielt er inne. »Äh, das ist so Tradition?« »Das weiß ich Sie, Schwachkopf«, donnerte Hoff, der vor Hitze und Wut krebsrot im Gesicht war. »Wer hat Sie überhaupt um Ihre Meinung gefragt?« »Ja, das heißt natürlich nein«, stotterte Morrow. »Ich will sagen, Sie haben natürlich recht, verehrter Lord Schatzmeister.« Hoff schüttelte mit äußerst verärgerter Miene den Kopf und blickte im Raum umher, als suche er etwas anderes, das ihm missfallen könnte. »Wie viele müssen wir denn heute noch ertragen?« »Äh, noch einmal vier, euer Gnaden.« »Verdammt noch mal«, polterte der Schatzmeister, rutschte auf seinem großen Stuhl herum und wedelte mit dem pelzbesetzten Kragen, um sich etwas Luft zu verschaffen. »Ach, das ist unerträglich.« West konnte dem, wenn auch schweigend, nur zustimmen. Hoff griff nach einem silbernen Kelch, der vor ihm auf dem Tisch stand, und nahm einen großen Schluck Wein. Er stand in dem Ruf, geistigen Getränken äußerst zugetan zu sein, und hatte schon den ganzen Nachmittag reichlich getrunken. Seine Laune hatte sich dadurch nicht gerade verbessert. »Welcher Narr kommt als nächstes?« »Äh«, Morrow blinzelte durch seine Brillengläser auf ein großes Schriftstück, und fuhr mit tintenfleckigen Fingern an den in Spinnenschrift verfassten Einträgen entlang. »Gutmann Heid ist der Nächste. Ein Bauer aus ...« »Ein Bauer?« »Ein Bauer«, haben Sie gesagt? »Ach, wir sitzen also in dieser grässlichen Hitze, um uns das Gejammer eines gemeinen Mannes anzuhören, der wegen des Wetters Schwierigkeiten mit seinen Schafen hat?« »Nun ja, euer Gnaden«, wandte Morrow stockend ein. »Es scheint, als habe Gutmann Heid tatsächlich eine berechtigte Beschwerde gegen den Besitzer seines Pachtlandes und ...« »Verdammt noch mal! Diese ganzen Quängeleien der Leute hier hängen mir zum Hals raus!« Der Lord Schatzmeister nahm noch einen Schluck Wein. »Na, rufen Sie diesen Idioten rein!« Die Türen wurden geöffnet, und Gutmann Heid erhielt Zutritt zum Saal. Um die Machtverhältnisse in diesem Raum gleich von Anfang an klarzustellen, stand der Tisch des Schatzmeisters auf einem hohen Podest, sodass der arme Mann selbst im Stehen den Kopf heben musste, um ihn anzusehen. Er hatte ein einfaches, aber sehr verhärmtes Gesicht. In seinen zitternden Händen hielt er vor sich einen abgewetzten Hut. West bewegte unbehaglich die Schultern, als ihm ein Schweißtropfen den Rücken hinunter ran. »Sein Name lautet Gutmann Heid. Stimmt das?« »Ja, euer Gnaden«, murmelte der Bauer mit breitem Akzent. »Aus ...« Hoff schnitt ihm mit ausgewählter Unhöflichkeit das Wort ab. »Und er ist heute hier erschienen, um eine Audienz bei seiner erhabenen Majestät, dem Hochkönig der Union, zu erbitten?« Gutmann Heid fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. West fragte sich, wie weit er wohl gereist war, um hier derart abgefertigt zu werden. Ziemlich weit wahrscheinlich. »Meine Familie ist von ihrem Land vertrieben worden. Der Landbesitzer sagt, wir hätten die Pacht nicht bezahlt, aber ...« Der Lord Schatzmeister winkte ab. »Das ist ganz klar eine Angelegenheit für die Land- und Ackerbaukommission. Seine erhabene Majestät der König nimmt großen Anteil am Wohlbefinden seiner Untertanen, selbst der geringsten unter ihnen.« West verzog angesichts dieser kleinen Gemeinheit das Gesicht. »Aber niemand kann von ihm erwarten, dass er sich jeder Kleinigkeit annimmt. Seine Zeit ist sehr kostbar, ebenso wie meine. Guten Tag.« Und das war alles. Zwei der Soldaten öffneten die Flügeltür, damit Gutmann Heid den Saal wieder verlassen konnte. Das Gesicht des Bauern war sehr bleich geworden, und seine Hände hielten den Hut so fest umklammert, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Euer Gnaden! Mein Herr!«, begann er stotternd. »Ich war doch schon bei der Kommission ...« Hoff sah ruckartig auf und brachte den Bauern mit einem Blick zum Schweigen. »Guten Tag, habe ich gesagt.« Der Mann ließ die Schultern sinken. Ein letztes Mal sah er sich im Raum um. Morrow schien an der Wand ihm gegenüber etwas unglaublich Interessantes entdeckt zu haben und mied seinen Blick. Der Lord Schatzmeister starrte ihn verärgert an und war über die unverzeihliche Verschwendung seiner Zeit äußerst erzürnt. West ekelte sich vor sich selbst, weil er Teil dieses Geschehens war. Heid drehte sich um und tappte gebeugten Hauptes hinaus. Die Türen fielen wieder ins Schloss. Hoff schlug mit der Faust auf den Tisch. »Haben Sie das gesehen?« Sein harter Blick sah die Schwitzenden versammelten nacheinander an. »Die Dreistigkeit von diesem Kerl! Haben Sie das gesehen, Major West?« »Ja, Lord Schatzmeister, ich habe alles gesehen«, sagte West steif. »Es war eine Schande.« Glücklicherweise bemerkte Hoff nicht, was West eigentlich meinte. »Eine Schande, Major West. Sie haben völlig recht. Wie kommt es nur, dass alle vielversprechenden jungen Männer zur Armee gehen? Ich möchte wissen, wer dafür verantwortlich ist, dass dieses Gesindel hier hereingelassen wurde.« Er starrte den Sekretär an, der schluckte und den Blick auf seine Schriftstücke senkte. »Wer kommt als Nächstes?« »Äh«, murmelte Morrow, »Coster Dan Court, der Magister der Tuchhändler-Gilde.« »Ich weiß, wer das ist, verdammt«, fauchte Hoff und wischte sich den frischen Schweißfilm vom Gesicht. »Wenn es nicht die verdammten Bauern sind, dann die verdammten Kaufleute«, brüllte er in Richtung der Soldaten an der Tür, wobei seine Stimme zweifelsohne laut genug war, um draußen auf dem Gang noch vernommen zu werden. »Rufen Sie den gierigen alten Betrüger schon herein!« Die Erscheinung von Magister Court hätte wohl kaum in größerem Gegensatz zu der des vorigen Antragstellers stehen können. Er war ein dicker, plumper Mann mit einem weichen Gesicht, aus dem harte Augen herausschauten. Sein purpurnes Amtsgewand war mit ganzen Ellen von Goldfaden bestickt und so protzig, dass es vielleicht sogar dem Imperator von Gokul peinlich gewesen wäre, es zu tragen. Court wurde von zwei hochgestellten Kaufleuten begleitet, die ähnlich auffällig ausstaffiert waren. West fragte sich, ob Gutmann Hyde in zehn Jahren so viel verdienen konnte, wie einer dieser Umhänge gekostet hatte. »Vermutlich nicht«, überlegte er, »selbst wenn man ihn nicht von seinem Land vertrieben hätte.« »Verehrter Lord Schatzmeister«, tönte Court, während er sich elegant verbeugte. Hoff erwiderte den Gruß des Gildenmagisters so knapp wie möglich, indem er lediglich eine Augenbraue hob und die Lippen fast unmerklich verzog. Colt wartete auf eine Antwort, wie sie seiner Meinung nach seiner Stellung gebührte, aber es kam nichts. Schließlich räusperte er sich vernehmlich. »Ich bin hier, weil ich um eine Audienz bei seiner erhabenen Majestät ersuchen möchte.« Der Lord Schatzmeister schnaubte. »Es ist der Sinn und Zweck dieser Sitzung, darüber zu entscheiden, wer der Aufmerksamkeit seiner Majestät würdig ist. Wenn Sie keine Audienz bei ihm wünschten, wären Sie hier im falschen Saal.« Schon jetzt war klar, dass dieses Gespräch ebenso wenig von Erfolg gekrönt sein würde wie das letzte. In gewisser Hinsicht lag darin eine entsetzliche Gerechtigkeit, fand West. Die Großen und die Kleinen wurden tatsächlich gleich behandelt. Magister Colts Augen verengten sich leicht, aber er fuhr fort. »Die ehrbare Tuchhändler-Gelde, deren ergebener Diener ich bin ...« Hoff schlürfte geräuschvoll seinen Wein, und Colt war daher gezwungen, innezuhalten. »Ist das Opfer eines höchst bösartigen und übel wollenden Angriffs geworden?« »Nachfüllen«, brüllte der Lord Schatzmeister und wedelte mit dem leeren Kelch in Morris Richtung. Der Sekretär sprang diensteifrig von seinem Stuhl und griff nach dem Dekanter. Colt wartete mit zusammengebissenen Zähnen, während der Wein glucksend in den Becher floss. » 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